Hallo zusammen, ich bin die Frau Winkler und ihr könntet mich schon kennen aus der Eine-Welt-AG oder aus der Fähre-Welt-AG. Was ich dieses Schuljahr mit euch vorhabe, ist ein bisschen was anderes, hört sich aber ähnlich an, nämlich eine neue Welt-AG. Und das Ganze könnte ich auch unsere Zukunftswerkstatt nennen, denn ich möchte mit euch genau so etwas machen. Wie stelle ich mir meine Zukunft vor? Wie soll unsere Zukunft aussehen? Was brauchen wir für eine lebenswerte Zukunft und für ein lebenswertes Leben? Und was können wir eigentlich dafür tun? Was kann jeder Einzelne dazu beitragen, dass die Zukunft gut wird? Über all sowas möchte ich gerne mit euch reden, diskutieren, dazu spielen, Filme gucken und am liebsten auch selbst kreativ werden. Also wenn ihr Lust habt, zum Beispiel kleine Filme dazu zu machen oder Podcasts oder andere Ideen habt, dann seid ihr hier genau richtig. Ich freue mich auf euch.